Ich weiß nicht, Kit. Ich weiß nicht. Michael, wenn Sie meine Berechnungen nicht wollen, warum haben Sie mich dann mit all diesen Daten gefüttert? Okay. Okay. Hier sind die Daten, Michael. USC schlägt klar in Notre Dame, aber du liegst völlig falsch bei Penn State. Die kriegen nie die nötigen Punkte. Hallo? Hi. Oh, hi Bonnie. Was ist los? Hilfe. Hilfe? Was soll das heißen? Im Klartext, Devin sitzt. Devin im Knast? Komm schon, das ist doch lächerlich. Aber unglücklicherweise ist es zufällig wahr. Wieso sitzt er im Knast? Hat er eine Flieger ermordet? Er wollte sich mit einem Reporter namens Reston treffen, als man... Wegen eines Verkehrsdeliktes einlochte. Wegen eines Verkehrsdeliktes? Und wahrscheinlich bestreitet er alles. In dieser Situation würde ich ihn gerne sehen.